Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht nur am typischen Aroma kennt man einen feinen Schweizer Käse, auch eine einmalige Landschaft und ein bestimmtes Brauchtum gehört dazu. Herr Koster, woher das Sie kommen, muss man ja eigentlich nicht fragen. Aber sagen Sie uns doch, was ist denn das Spezielle am Apiceller Käse? Ja, sicher nochmal den kräftigen Geschmack. Er kommt von einer speziellen Kräutensalz, mit dem der Käse alle wieder eingereben wird. Und wo ist da die Rinnnacht in dieser Kräutensalz? Das ist das Geheimnis vom Käse. Sicher hat es aber weissen Wein, Salz, Pfeffer und eben Kräutern. Auch Ihre Tracht ist sehr bekannt, Frau Spichiger. Ich glaube schon, dass man sie kennt. Aber vielleicht ist sie doch nicht ganz so berühmt wie der Emmentaler Käse. Rund 1000 Liter braucht es für 80 Kilogramm Käse. Je nach Reifegrad ist er sanftaromatisch oder nussig-würzig. Man versteht, dass die Emmentaler stolz sind auf ihren Käse. Und aus der Gegend von den schwarz-weiss gefleckten Kühen, da kommt unser nächster Gast. Wo trägt man dann die Kitter mit diesen schönen Edelweiss-Monsieur Castilla? Also im Greyerzenland trägt das Zähne nicht nur am Festtag, sondern auch zum Arbeiten. Mit dem Greyerzenkäse ist es so, dass man den speziell pflegen muss, dass er auch von innen nach aussen richtig reifen kann, wird er während dem Lagern jede Woche mit Salzwasser abgerieben. Das gibt ihm dann das würzige Aroma. Und wo sind Sie, Herr Frau Wirth? Ich komme aus Afeldrangen und kenne den Thurgau. Was ich tragen, ist Thurgauer Festracht. Aus dem Thurgau kommt aber auch ganz ein beliebter Käse, nämlich der Tilsiter. Zart und mild mit den grünen Etiketten oder eher kräftig mit den roten Etiketten. In allen Regionen, in denen gekäst wird, kaufen die Spezialisten von GOP den allerbesten Käse. Und dann wird er auch sorgfältig gelegt und gepflegt, bis er gut ist und genug reif zum Verkaufen in den GOP-Laden. Eben so, wie Sie ihn dann gerne haben. Ohne so ein feines Stück Käse wäre für viele auch ein richtiges Morgen oder überhaupt ein Essen nicht komplett. Andere haben es lieber leichter und auch diese sind bei GOP an der richtigen Adresse, weil GOP ein ausgewogenes Sortiment an zuckerfreien, kalorien- und fettarmen Produkten anbietet. Zum Beispiel das schmackhafte Chleienbrot mit natürlichen Ballaststoffen für Ernährungsbewusste. Der Kefir von Crystallina aus teilentrahmter Milch hat wenig Kalorien und ist sehr bekömmlich. Hierz, der körnige Frischkäse, ist ein Genuss auf Brot, passt aber auch zu Fleisch, Salat und Geschwälte. Midi-Legere ist eine vollaromatische, zuckerfreie Konfi, sie enthalten keine künstlichen Süßstoffe und hat 50% weniger Kalorien. Sprite Light mit einem prickelnd, frischen Geschmack von Zitronen und fast keine Kalorien. Oder Tofu, wo aus Soja hergestellt wird, viel Eiweiss, Vitamine und Mineralstoff enthalten und sich auf verschiedenste Arten zubereiten lässt. Tolle Kinderkleider finden Sie den ganzen Abend grob. Besonders günstig gibt es jetzt Jeans, Sweatshirts für Mädchen, Buben und die Kleinen in verschiedenen Modellen und aktuellen Farben. Und jetzt ist auch schon wieder Zeit für das grob Rezept dieser Woche. Wir schalten um in die Studioküche. Für unser heutiges Rezept brauchen wir einen Blätterteig, zwei Tomme, zwei Bieren und ein Ei. Das ist alles. Die Tomme halbieren und den Querweg in drei Drangen schneiden. Die Bieren schalten, halbieren und in Schnitz schneiden. Den Blätterteig auswallen und Rondellen ausstechen. Auf jedes Plätzchen eine Käse tranken, eine Bieren-Schnitzel, die Ränder gut mit Eiweiß einstreichen, die Plätzchen überschlagen und die Ränder gut andrücken. Das geht am besten mit einer Gabel. Dann mit Eigelbe streichen und im vorgeheizten Ofen 12 bis 15 Minuten backen. Übrigens, Teigreste können Sie verwenden für die Dekoration. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Co-Op-Zeitung. Eine gute. Das wäre es gewesen. Danke fürs Zuschauen. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es den Dampfkochtopf, Duromatik 3 Liter für nur 59 Franken. Tempo Papiertaschentücher 10 mal 10 Stück für nur 1,40. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arni-Schokolade, acht verschiedene Sorten, eine Tafel nach Wahl, statt 1,40 nur 1 Franken. Drei Stück Luchsseife, statt 4,50 nur 2,95. Nivea Visage Reinigungsmilch oder Gesichtstonik, statt 5,50 für nur 4,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, alle Schweizer Tafelöpfel in Tragtaschen an 2,5 Kilo sind jetzt 1 Franken günstiger. Ein Butterzopf an 650 Gramm, statt 4,20 nur 43. Auf Wiedersehen.